Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Freizeit Nummer 5 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Yoga mit Hunden ist eine entspannende Freizeitbeschäftigung, die ich regelmäßig praktiziere. Yoga mit Hunden ist eine entspannende Freizeitbeschäftigung, die ich regelmäßig praktiziere. Eine interessante Art, seine Freizeit zu verbringen, sind Kochkurse. Eine interessante Art, seine Freizeit zu verbringen, sind Kochkurse. Die Freizeit kann für ehrenamtliche Arbeit genutzt werden. Viele Gruppen warten auf deine Hilfe. Die Freizeit kann für ehrenamtliche Arbeit genutzt werden. Viele Gruppen warten auf deine Hilfe. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit einem Picknick im Park. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit einem Picknick im Park. Welche Rolle spielt die Musik in deiner Freizeit? In der Freizeit bietet sich dir die Gelegenheit, dich mit den neuen Technologien, vertraut zu machen. In der Freizeit bietet sich dir die Gelegenheit, dich mit den neuen Technologien vertraut zu machen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Gelegenheit. 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 Gelegenheit.